hallo ihr lieben ich grüße euch hier zu meinem neuen video und zwar wollte ich euch das update geben wie viel energies hat meine mama denn jetzt gesammelt da sind wir selber ganz gespannt deswegen wünsche ich euch ganz viel spaß bei dem video und was am ende rauskommt so ihr lieben einmal wie gewünscht so ein video wie viel red bull hat meine mama denn also energy drinks allgemein das ist jetzt diese sorte von dem rockstar dann haben wir hier eine serie von monsters und da fehlt auch bestimmt noch die oder andere sorte davon wir haben hier wirklich einzelne jede sorte ist unterschiedlich da hinter haben wir noch rosa pink und lila insgesamt von den großen haben wir 46 stück wir haben hier einmal dieses wolf dann haben wir hier einmal diese bullet das ist von action glaube ich gewesen reigen dann haben wir hier diese hübschen und zu guter letzt von den großen einmal von dem king und das ist eine so ein adler der ring und das ist auch so einer hampf oder sowas sind boom hello ja auf jeden fall einiges da sind jetzt nur die großen gewesen davon sind 46 stück die hier jetzt gerade stehen so ihr leben einmal haben wir hier die sorten hier von der ekstase sind auch alle schönen geld das design ist immer ganz interessant für mich gefällt mir gefällt persönlich diese hier dann haben wir hier einmal red bull und dann haben wir hier vom russischen geschäft auch einige das ist auch schön heidelberg geschmack aprikose und erdbeer okay ganz interessant der hier flying power keine ahnung dann haben wir diese hier ich glaube das sind die gleichen also verschiedene sorten daneben und dann haben wir hier auch eine serie die gleich ist vier stück vier verschiedene dann haben wir hier von effekt ja das ist noch nicht alles wir müssen noch den rest sortieren so lieben jetzt kommen wir zu guten letzt die letzten dinge hier noch mal so ein monster und dann haben wir hier irgendein also auf jeden fall der da die hier waren in action das war weiß ich ganz genau so schön schön zu sein ganz interessant dann haben wir die vom kaufland geholt das weiß ich auch ganz genau diesen wolf hier oder wie heißt es crazy wolf ja dann haben wir hier einmal und dann haben wir hier ich glaube das war beim aldi ich mein roland oder so bin mir dann nicht mehr so ganz sicher dann so einen dann haben wir den von rockstar noch mal zwei kleine dann haben wir von king noch mal so kleine sorten oh mama die sind zwei stück gleiche doch 001 ist gleich dann haben wir ja so mit maximal auch vier verschiedene dann haben wir so ein ja die habe ich ja jetzt bei der edeka geholt habe ich euch gezeigt red bull dann haben wir hier einmal hanf energy und sowas dann haben wir hier so eine energy cola dann haben wir so ein matthew hanf zu so einen istanbul dann den da und so ein ski und dann haben wir auch so ein energy das haben wir mal beim penny geholt ganzen tratter ein ganz interessantes ding hier ja auf jeden fall das sind alle red bull sorten also die die mama jetzt am sammlung hat so lieben die gesamtzahl anzahl 123 stück 123 stück verschiedene sorten tatsächlich aber wir haben auch ein körbchen gerade zusammengestellt welche doppelt sind mit den doppelten zusammen wären das bestimmt 140 oder so also da sind schon einige im körbchen die doppelt sind ja aber 123 stück die tatsächlich unterschiedlich sind und das ist ja schon mal sie wollte jahrhundert eigentlich sammeln wir wissen ja alle das energy drinks eigentlich viel viel mehr sind an sorten noch versuchen wir so fast im angebot zu kaufen was wir noch nicht haben und eventuell halt ja ab und zu mal zwischendurch mal auch welche teure sorten teurer teuer heißt so 1 49 1 99 gibt es ja auch noch da gibt es auch ganz ganz viele sorten ja wie viel gleiche 24 stück gleich ihr seht ihr hatte ich fast richtig gesagt ja ich bedanke mich für zu schauen das war das update unserer energy sammlung von der mama ja wünsche euch alles liebe bleibt gesund und bis zum nächsten video tschüss